Fussball Ja, es tönt billig, aber es hat eben doch etwas gewartet und auch die FIFA wird mit diesem Slogan Fussball verbindet und wir haben relativ weit weg von unserer Heimat, von der Schweiz, in Ostafrika Partner gefunden, die genau die gleiche Leidenschaft mit uns teilen. Seit dem Sommer 2017 hat der FC Seefeld einen Partnerverein in der Hauptstadt des zentralafrikanischen Staates Uganda, die Kampala Galaxy Soccer Academy. In regelmässigen Abständen sind immer wieder Mitglieder vom FC Seefeld auf Kampala gereist und haben unseren Partnerverein mit gebrauchtem Fussballmaterial beliefert. Unser Projekt soll ein bisschen Freude in es sonst vor allem von Armut und Not geprägten Leben von diesen Ghetto-Kids bringen. Daneben sollen auch die Trainer ein kleines Einkommen aus dem Betrieb des Vereins generieren können. Auf Spenden sind wir dringend angewiesen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017